Musik Oh, ist gleich die großen Krabbis noch. Ja, was Tartor? Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, habt ihr gesehen? Das ist langgefahren, gerade da hinten. Fünf Dollar für den Krebs. Boah, ist ja mal Abzocker hier. Musst eigentlich mal gucken, dass wir hier noch was anderes hinkriegen, ne? Bessere Körbe. Püsten näher. Boah, ich weiß nicht, so viel bringen die ja nicht. Die großen Krebs bringen vielleicht mehr, ne? Na, leg doch ab da. So, Rest legen wir auf Lager. Oh, kurz bei der Schiffsbauerin rein. Geht so weit, okay. Wie war denn dein Tag, der was Tartor? Jo, bis gleich, Claudia. Was kann ich für dich tun? Nichts. Schlafen. Lang genug gerührt, würde ich sagen, ne? Ich glaube, die hält auch nicht mehr lange, ne? Eine Stunde verbleibend. Nein, ihr seid nicht so groß. Ach, die will ich haben. Oh, so kriegen wir doch halt rein. Gut, nehmen wir mit. Wenn sich windeklumpige Masse durchzieht, den Leib unter dem Schuppenkleid. Wie lange kann man so überleben? Ich muss die Schwierigkeit ja ausreizen, ne? 132 Dollar, sehr schön. 150. Ey, mir fehlt 99 Cent. Für den neuen Korb. Ach komm, der war drin. Uft gebraucht. Uft gebraucht. Uft gebraucht. Ich glaub, was war das? Oh, der fiel. Ah, ich hab gehofft, wir finden da was tolles. So, ein paar von denen hier mit. Auch schon Ende. Schade. Ja, was da doch über den Tag? Okay, den hatten wir schon. Okay. Okay. Oh, der kauft keinen Fisch, ne? Oh, Schade. Ist ja nicht weit weg. Sonst der Fisch kaputt geht, ne? Ist ja nicht weit weg. Das war's für heute. Oh, es regnet. Da war das Ding, guck mal. Den hatten wir da nicht. Aber du wirst noch einen Platz hier. Wenn es dreht und wendet, es wird nicht besser, ne? Egal. Jetzt abliefern. Jetzt abliefern. So, wir erkunden noch mal ein bisschen. Ich glaube, den hatten wir da nicht, oder? Nee. Oh, schon der Schiff. Eigentlich brauchen wir es ja gar nicht, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ich hab' mir rufgeschädigt. Ich deb' Ich deb' Oh, ich hab' mir rufgeschädigt. Oh, guck mal. Ich hab' mir rufgeschädigt. Ich hab' mir rufgeschädigt, ne? Ich hab' mir rufgeschädigt. Oh, mein Gott, ich hab' mir rufgeschädigt. Oh, mein Gott, das ist egal. Ich hab' mir rufgeschädigt. Ich hab' mir rufgeschädigt. Ich hab' mir rufgeschädigt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Erzählen. Weißt du etwas über die seltsamen Typen hier in der Gegend? Und Fisch verkaufen. Ha. Easy goes right to. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's? Ich hoffe doch, gut. Ich bin gleich wieder da. Also mit der Cam. Wir müssen keinen kaufen. Aber es gibt einen fahrenden Händler. Ihr Boot liegt jenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles. Und sie macht auch Reparaturen. Noch etwas? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freunden besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. Dieser Gegend gilt reifer mehr als besonders für die... Untertitelung des ZDF für funk, 2017